Moin liebe Freunde vom HSV und von MoinVolkspark. Die Saison ist vorbei, die neue Saison steht vor der Tür und wir sitzen wieder hier. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe des HSV-Talks und trotz der Sommerpause tut sich viel beim HSV. Darüber wollen wir heute sprechen und Scholle, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Beim HSV gab es mehrere große Meldungen, die jetzt reinkamen. Vor zwei Tagen hat Robert Glatze seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Das sind doch wohl gute Nachrichten. Das ist eine gute Nachricht, finde ich auch. Robert Glatze ist auf zweitiger Ebene ein absoluter Top-Stürmer. Für den HSV vorne nicht wegzudenken, das hat man auch in der Saison wieder gesehen. Erst, was mir jetzt im Nachgang aufgefallen ist, auch in 68 von 68 Spielen dabei gewesen. Das hat man auch nicht so oft in zwei Saisons, also laut Transfermarkt.de. Er trifft halt am Fließband. Insofern, das ist schon echt was Gutes. Den zu halten, das war ganz wichtig. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, in Richtung der Spieler, die jetzt vielleicht noch so ein bisschen wackeln, Ludwig Reis von Daniel-Heu-Fernandes, die natürlich dann auch hier und da mal ein Angebot vorliegen haben. Mal gucken, was da noch passiert. Also es ist auf jeden Fall der Faktor Konstanz, den ich gut finde. Also solche Spieler zu behalten, ist gut. Nicht um jeden Preis. Absolut nicht. Aber zum vernünftigen Preis ist das absolut okay. Meinst du denn, das Gehalt, das ihr jetzt bekommt, ist maßlos überzogen oder ist es leichter? Nein, es ist hoch. Es ist wirklich, nein, es ist schon hoch. Man spricht so von 1,4 bis 1,8 Millionen. Und das ist für einen Zweitliga-Stürmer, ist das sehr viel Geld. Nicht zu vergleichen mit Stürmern wie Terodde und Co., die natürlich genauso Forderungen haben. Aber ja, es ist sehr viel Geld. Allerdings muss man sagen, liefert Daniel, äh, Daniel sag ich schon. Daniel Glatze. Daniel Glatze, genau. Robert Glatze liefert dafür allerdings auch das ab, was man sich von ihm erwartet. Und er ist als Typ für die Mannschaft, er ist ein Spieler, der sich voll integriert hat, ein absoluter Teamplayer, kommt super an, hat viele Freunde in der Mannschaft. Also, das ist die Konstanz, die dem HSV hilft. Ich meine, 46 Tore hat er besser gemacht in zwei Saisons für den HSV. Das sind Argumente, die sagen... Hat dann natürlich die Pokaltore dazugezählt. Ja, genau. Aber in der Liga waren es ja auch viele. 41 in der Liga, das ist schon eine Hausnummer. Ja, und er ist natürlich auch der absolute Wunsch-Zielspieler von Walter, muss man auch sagen. Ja, ich sag mal, ich behaupte mal, nicht nur von Walter, sondern auch von den Spielern hinter Glatze, ehrlich gesagt. Ich glaube, auch für die ist das der Wunschspieler da vorne. Und wie gesagt, nochmal, für Zweitliga-Verhältnisse absolut Top-Drei-Spieler. Ja, wenn es um Vertragsverlängerung geht, wollen wir nicht unterschlagen, dass auch Tom Mikkel länger beim HSV bleibt. Freut mich natürlich sehr. Ich meine, Tom Mikkel ist generell in Fankreisen sehr beliebt. Ich glaube, er tut auch einfach gut. Er ist auch in der Mannschaft sehr beliebt. Er ist ein guter Charakter, er ist eine tolle Persönlichkeit. Das bedeutet jetzt allerdings, dass wahrscheinlich Leo Oppermann verliehen wird. Was ich aber nicht schlecht finde. Die jungen Spieler, gerade bei Torhütern ist es ja so, dass eine Nummer 1 gesetzt ist. Da wird nicht viel gewechselt. Wenn er jetzt ein richtig guter Tor hat, mit Oppermann dahinter ist, der allerdings dann auch schon weiß, dass er ja auch hinter Raab noch steht. Also er wäre dann nur Nummer 3. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem Einsatz in der Saison kommt, tendiert gern Null. In der Profimannschaft zumindest. Solche Spieler zu verleihen, macht Sinn. Das ist gut. Das sollte man machen. Da muss der HSV meiner Meinung nach auch wirklich hin, dass er Spieler nicht nur hinten dran sitzen hat oder in die Regionalliga steckt, sondern dass er sie auch wirklich in höheren Klassen, also dritte, zweite Liga, nach Möglichkeit verleiht und dort spielen lässt. Weil davon profitiert man am Ende, wenn die Spieler sich dort dann gut entwickeln. Glatze bleibt also beim HSV. Tom Mikkel bleibt auch beim HSV. Wer noch fraglich ist, das ist natürlich Ludwig Reis. Das hast du eben schon ein bisschen angesprochen. Er ist heiß umworben. Er ist der wertvollste Spieler des HSV im Kader. Er ist generell in der zweiten Liga ein Superstar. Er hat sich empfohlen. Du haust aber einfach raus. Ja, ich hau jetzt hier ein paar Flosken raus. Aber Ludwig Reis hat natürlich sehr viele Argumente gesammelt in dieser Saison. Er ist jetzt auch gerade mit der U21 von Holland unterwegs. Und ich glaube, er weiß es auch zu schätzen, was er in Hamburg hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er auch liebäuer wird mit einem Vereinswechsel. Das ist ja auch gerade... Man muss es immer mal aus der anderen Perspektive versuchen zu betrachten. Das fällt einem natürlich schwer, wenn man mit dem HSV so eng verbandelt ist als Fan und immer alles für den HSV und nur das Beste möchte. Ist klar, dass man Ludwig Reis gerne in der Mannschaft behalten möchte, absolut nachvollziehbar. Sehe ich auch so. Für 7,5 Millionen ihn zu verkaufen wäre allerdings mehr als sinnvoll. Also aus HSV-Sicht. Weil für das Geld musst du in der Lage sein, einen zweiten Ludwig Reis zu finden. Und vielleicht noch einen Spieler mehr sogar von dem Geld holen können. Aber Ludwig Reis selbst muss den nächsten Schritt gehen. Meiner Meinung nach. Er kann natürlich nochmal eine zweite Liga-Saison spielen. Wird dann allerdings auch an einem Maßstab gemessen werden, den er selbst gesetzt hat mit der Saison jetzt. Die war schon sehr, sehr stark. Muss man ehrlich sagen. Leider mit einem schwachen Ende. Aber sehr, sehr stark über den allergrößten Teil der Saison. Diesen Maßstab zu erfüllen ist gar nicht so einfach. Deswegen weiß ich nicht, ob er sich in so großen Gefallen täte, in der zweiten Liga zu bleiben. Auch wenn es uns natürlich helfen würde, dem HSV helfen würde. Wir uns alle darüber freuen würden, wenn er bleibt. Ich würde ihm als Berater, wenn ich sein Berater wäre, würde ich ihm allerdings empfehlen, den Verein in Richtung eines höherklassigen Vereins zu verlassen. Das wäre der Ratschlag meiner Seite. Aber wie gesagt, ich sage es nur leise hier. Hört ja auch keiner. Aber es ist wirklich, man muss es immer von zwei Seiten sehen. Und der Spieler hat ein riesiges Potenzial. Er ist noch jung, er hat auch noch Zeit. Aber wie gesagt, es gibt viele Dinge, die dafür sprechen, jetzt nochmal einen Schritt nach oben zu gehen. Glaubst du auch, dass er jetzt wechseln wird in diesem Transferfenster? Ich befürchte es, ja. Du hast gerade angesprochen, das Geld, das der Haus bekommen könnte, wäre wirklich reichlich. 7,5 Millionen beträgt die Ausstiegsklausel. Die erlischt allerdings in zwei Tagen. Kommt aber noch ein bisschen was, geht an Barcelona. Also 25 Prozent, ein Viertel davon geht an Barcelona, wie ich das gehört habe. Also nicht die komplette Summe, aber es ist eine große Summe für ein Zweitligaspieler. Absolut. Ich habe gehört, die Ausstiegsklausel soll am Donnerstag, also am 15. Juni, soll die erlöschen? Habe ich auch. Genau. Soll sie dann nicht mehr. Ab dem 16. gilt sie nicht mehr. Dann müsste da, könnte da, das war natürlich immer sagen, pass auf, 7,5 hatten wir schon festgeschrieben. Weniger machen wir sowieso nicht. Also sag uns was hier. Also wenn dann ein Verein kommt und sagt, sie zahlen noch mehr, bitte, warum nicht. Aber wie gesagt. Generell sein Marktwert beträgt 6 Millionen, laut Transfermarkt.de. Unter dem Marktwert zu verkaufen ist generell, das darf nicht passieren, das darf der HSV auch nicht machen, in meinen Augen. Ne, der HSV muss nur unter dem Marktwert einkaufen. Richtig, wenn das so einfach wäre, ja. Gerade jetzt mit, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, mit frischen Millionen von Klaus-Michael Kühne, ein sogenanntes Wandeldarlehen. 30 Millionen bis 2028, 3,5 Prozent Zinsen, ist nicht wenig, aber es ist okay, das kann man machen. So, und wenn er dann am Ende das Geld nicht vom HSV zurückbekommt, in Form von Cash oder Bargeld. Cash, das bist du hier, der mit dem Angesissen. Ne, dann ist es ja selbstverständlich, muss er dann irgendeine Gegenleistung dafür erwarten dürfen. Und die hat er mit der Umwandlung jetzt in Anteile dann, mögliche Anteile, wenn der HSV seine Geschäftsform verändert. Das ist natürlich auch noch ein weiter Weg, da muss der HSV noch Prozesse durchlaufen. Wurde immer gefragt, warum es so lange dauert. Einfach, weil es zu viele unterschiedliche Meinungen gibt. Innerhalb des Vereins, innerhalb des Aufsichtsrates, innerhalb der verschiedenen Gremien, auch unter den Mitgliedern. So, und die Mitglieder sind es am Ende, die das mit einer Dreiviertelmehrheit beschließen müssten, dass der HSV nicht mehr als AG, sondern als KG auf Aktien zum Beispiel geführt würde. So, damit Kühne noch mehr Anteile bekommen kann. Also da ist noch ein weiter Weg und diesen Weg hat Kühne jetzt gesagt, den wartet er ab. Und wenn es dann bis 28 so ist, dass es Möglichkeiten gibt, das in Anteile umzuwandeln, würde das auch in der Weg umziehen. Finde ich sehr fair. Aber die Chance ist riesengroß, genauso wie ich es geschrieben habe auch im Blog gestern, die Chance ist riesengroß für den HSV jetzt. Allerdings auch mit einer ganz, ganz großen Verantwortung versehen, weil dieser Betrag ist nicht als Einmalzahlung für 2023, 2024 zu sehen, sondern es wirklich als Zahlung für 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, also für die gesamte Zeit bis 28 zu sehen. So, und dementsprechend muss der HSV jetzt wirklich schlau wirtschaften, muss zusehen, dass er dort aus diesem Geld halt mehr Geld macht. Ich habe es auch geschrieben, es gibt immer wieder Vereine in der ersten Bundesliga, vor allem natürlich, weil in die zweite Bundesliga gehen die größten Talente dann auch wieder nicht. Die wollen natürlich dann nach Möglichkeit in den ersten Spielen, ist auch klar. Aber es gibt immer Möglichkeiten, Spieler zu kaufen wie ein Kulomani. Also der ist auch für nichts gekommen, ablösefrei gekommen. Und der wird jetzt wahrscheinlich für 60, 70 Millionen wird er irgendwann verkauft werden. Also warum sollte dem HSV nicht auch irgendwann mal so ein Fang gelingen können? Die Frage ist halt nur, warum ist es bisher nicht passiert? Weil man offensichtlich noch nicht optimal gearbeitet hat auf der Ebene. Wobei der HSV ja schon in den letzten Jahren einige starkeren Svers getätigt hat. Amadou ohne nahe, ablösefrei von Hoffenheim 2. Ja, genau. Das sind gute Transfers, aber von den Transfers brauchst du halt auch ein paar. Es ist auch, darf man auch nicht verwehrt. Also natürlich ein Erstligist verkauft seinen Spieler auch gleich automatisch über zwei Stufen über dem, was ein Zweitligist für einen richtig guten Spieler nehmen kann. Also hätte Kulomani beim HSV gespielt, wäre er wahrscheinlich jetzt nicht für 60 Millionen Millionen gehandelt worden, sondern für 15, 18, 20 Millionen. Weil der HSV halt einfach dieses Geld dann auch nehmen muss in der Situation. Und er halt auch ein Zweitligaspieler war. Also es ist natürlich doch nochmal eine andere Nummer. Aber trotzdem, der HSV muss einfach diese Abteilung, also das Scouting, die Transfers, die müssen beim HSV in den nächsten Jahren sitzen, damit sie die theoretische Chance haben, zumindest die theoretische Chance haben, sich über Spielertransfers dann nochmal finanziell zu gesunden. Man sieht es doch. Ein Glückstreffer und du hast tatsächlich am Ende die Chance, 100 Millionen Euro für einen Spieler zu kriegen wie Bellingham jetzt. Also es ist ja möglich. Es ist nicht unmöglich. Und der HSV spricht ja nicht nur intern und auch öffentlich über sich als großen Verein, sondern muss sich oder präsentiert sich auch den Spielern gegenüber. Deswegen sollte man da auch den Mut haben, auf solche Spieler zuzugehen, die vielleicht ansonsten eher mit anderen Erstligisten sich unterhalten wollen. Da muss der HSV einfach mutig sein. Da muss der HSV jetzt auch wirklich was zeigen. Da muss der HSV, in der Abteilung muss der HSV funktionieren. Ansonsten wird der gesamte Apparat nicht mehr funktionieren. Hast du schon irgendwas mitbekommen, dass Gespräche laufen mit potenziellen Neuzugängen? Nein, also es gibt ja Spieler, in Braunschweig haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler, der interessant sein soll. Ob der am Ende kommt, der hat auch schon wieder Angebote, wie ich jetzt höre, aus der ersten Liga und auch für viel Geld oder für verhältnismäßig viel Geld, was den HSV betrifft. Ich habe tatsächlich jetzt keine großen Gerüchte, aber ich mag es auch nicht. Ich mag dieses Gerüchte diskutieren. Ich finde es besser, man spricht über das, was man meint, haben zu müssen. Das habe ich jetzt eben einmal gesagt, welche Kategorie Spieler man hat. Natürlich suchen alle, ist klar. Aber der HSV muss davon auch mal jemanden finden. Ansonsten lassen wir es auf uns zukommen. Die Transfers werden definitiv eintrudeln. Innenverteidiger werden gesucht. Auf jeden Fall. Backup für Jonas Meffertz, auch ein Rechtsverteidiger. All diese Position braucht der HSV. Und bitte alles mit Tempo. Also man hat gegen Stuttgart gesehen, was alleine das Tempo ausmacht. Also die Stuttgarter haben einfach mit ihrer Physis den HSV schon in Schach halten können. Und das sollte man zumindest irgendwie hinbekommen, dass man physisch so stark aufgestellt ist, dass es in der zweiten Liga keine bessere Mannschaft gibt. Also, spannende Wochen, was auch spannend ist. Jetzt kommt die Überleitung. Das, was die HSV-Herren nicht geschafft haben, den Aufstieg, das schaffen wahrscheinlich unsere Damen ganz, ganz stark. Tut mir leid, ich muss auf Holz klopfen. Dieser Tischklopfer musste sein. Ja, der muss sein. 3 zu 0 ging das Hinspiel aus gegen die Toria Berlin. Währendstarke Leistung. Vor einem ausverkauften Haus, 1.800 Zuschauer. Wahnsinn. Also Riesenstimmung. Stark, was der HSV auch da auf die Beine stellt, was die Fanbase da auf die Beine gestellt hat. Stark, was die Mannschaft dann gezeigt hat mit dem 3 zu 0. Es klingt ein bisschen deutlicher, als es war vom Spielverlauf her. Aber es wird nochmal ein harter Ritt bei Viktoria. Also insofern, ja, mal schauen. Aber ich wünsche es Ihnen. Also es wäre Ihnen zu wünschen. Und für den HSV wäre es natürlich nochmal eine schöne Sache, nachdem man sich leider sehr unrühmlich damals von den Damen verabschiedet hatte. Da muss man mal wirklich festhalten, das war sehr, sehr unrühmlich. Es ist umso schöner, dass Sie jetzt aus eigener Kraft und mit viel, viel Fleiß und harter Arbeit den Weg wieder nach oben schaffen. Daumen sind gedrückt, ganz viel Erfolg. Und nochmal raus, bitte. Ja. Wir fiel man auf jeden Fall mit und würden uns riesig freuen, wenn es klappt. Und, was meinst du langfristig, Bundesliga als Ziel? Für die Frauen? Ja. Ja, natürlich. Da waren sie schon und da gehören sie auch hin. Aber danach ist immer die Frage natürlich, wie der gesamte Apparat aufgestellt ist. Und es wird nicht leicht für eine Frauenmannschaft, sich hinter einer Herren-Bundesliga oder in dem Fall einer Zweigermannschaft zu etablieren, wenn dort die Finanzen immer etwas knapper sind. Dann wird es schwierig. Da brauchst du dann so Vereine wie Wolfsburg oder Bayern. Deswegen sind die ja auch da, wo sie sind. Trotz allem bin ich ganz fester Meinung, kann der HSV das stemmen. Wie gesagt, über die Geldverteilung werde ich auch in den nächsten Tagen nochmal schreiben. Ich würde, wie gesagt, sowieso tatsächlich mehr Geld in den Bereich Nachwuchs und vor allem natürlich auch dann in das Scouting stecken. Nicht in das reine Scouting. Also ich würde jetzt nicht irgendwie ganz viel teure Scouts einkaufen und denen teure Festgehälter zahlen, sondern ich würde denen immer auf Provisionsbasis Jobs anbieten, weil es einfach am Ende ist. Es ist normal übrigens, es ist nicht unnormal in der Bundesliga, dass die Leute da auf Provision arbeiten. Und der HSV braucht halt einfach jetzt eine starke Basis. Der HSV muss im Nachwuchsbereich, muss er mehr herausbringen. Also auch dieses Jahr muss mehr kommen. Man lobt Horst Rubisch immer für seine Art. Das tue ich auch. Ich mag ihn auch als Menschen sehr, sehr gerne. Es ist ein ganz, ganz feiner Mensch, der sehr integrativ arbeitet im Nachwuchsbereich. Viele Jugendspieler kennen ihn nicht mehr. Also die, die jetzt kommen, die wissen nichts mit dem Namen Horst Rubisch anzufangen. Außer sie haben schon was gelesen über ihn. Also die haben ihn natürlich alle nicht erlebt. Das ist ja klar. Und du hast ihn glaube ich auch nicht mehr erlebt, oder? Nein. Nein. Ich bin 97er Jahrgang nach. 97er bist du? Alter Schwede. Blut jung. Ja. Ne, dann natürlich nicht. Aber du hast ihn ja noch mitbekommen von deinen Eltern. Natürlich. Und hast dann irgendwie noch was erzählt bekommen. Natürlich. Das wird auch weniger. Also ich weiß nicht. Wenn du jetzt Kinder hast, erzählst du denen wahrscheinlich weniger über Horst Rubisch als über, keine Ahnung, Lewandowski und Messi und Ronaldo. Also ist ja so. Und das muss man einfach, diesen Generationswechsel muss man mit einkalkulieren. Deswegen ist das alles toll, was im Nachwuchs passiert. Aber auch da muss man sagen, müssen einfach Ergebnisse her. Und damit meine ich weniger das Ergebnis, dass man Meister oder Vizemeister wird in der Regionalliga, als das Ergebnis Spieler nach oben zu bringen. Das muss passieren. Die Integration von Jugendspielern ins Profi-Team. Das ist die Herausforderung. Richtig. Das muss funktionieren. Das ist der Kernaspekt einer Jugendarbeit. So doof das klingt, weil natürlich alle immer sagen, wir müssen noch ein Team haben. Nein. Erstmal geht es dann tatsächlich darum, Spieler für die Profi-Mannschaft auszubilden. So und da muss ich ganz ehrlich sagen, wird mir alles ein bisschen zu rosa-rot gesehen. Das ist mir ein bisschen zu schön geredet, weil immer mal Jungs oben mitmachen. Tom Sander kommt rein und macht gleich ein Tor. Tolle Geschichte. Da freue ich mich auch tierisch drüber, weil Lindo war Junge und ein sehr fleißiger. Der hat es auch alle mal verdient. Alleine für den Aufwand, den er in den letzten Jahren betrieben hat und auch immer noch betreibt. Aber trotz allem, es sind ja wenige Spieler, die sind dann wirklich fest reingerückt und bleiben dran. Das ist einfach zu wenig. Also ja, selbst Farid Ali-Dou sieht man, dass der dann irgendwann, wenn es höher geht, hat er Probleme. So und ja, da wie gesagt, der HSV braucht halt auch da mal so einen 16-, 17-, 15-jährigen Trainer, den er dann so ausbildet, dass er bei den Profis nicht nur Fuß fasst, sondern dass der dann am Ende für einen ganz, ganz netten Betrag weiterverkauft wird oder Interesse weg. Genau, denn wir reden viel über Transfers, aber ich glaube, das Ziel muss es auch sein, die eigenen Jungs. Absolut. Die als rohe Diamanten zu schleifen und dann später zu Geld zu machen. Anders geht es nicht. Und da muss man einfach mal sehen, das ist ja eigentlich das Geschäftsmodell Fußball. Ist ja das. Also natürlich kann man auch teuer einkaufen. Also es gibt die verschiedenen Stufen. Dortmund kauft auf einer Ebene Spieler ein, junge Spieler ein für Millionenbeträge, aber holt sich dann auch schon wirklich so, wie soll man sagen, so erkennbar Profi werdende Spieler, dass das Risiko etwas weniger groß ist. Aber sie geben natürlich auch sehr viel Geld aus. Das Geld hat der HSV nicht. So wenn der HSV jetzt aber auf kleiner Ebene, kleinere Ebene Spieler holt, die auch Potenzial haben, wo man aber noch ein gewisses Risiko eingehen muss. Ja, aber da, da würde ich Geld reinstecken. Das wäre für mich der Bereich, wo ich dann etwas mehr Geld reinstecken würde. Zumal da eine Million Euro im Profibereich entsprechend 1000 Euro da unten. Also das ist das, was ich meine. Also da muss man einfach. Und deswegen steckt da unten mal wirklich Geld rein in den Nachwuchsbereich. stellt ihn so auf, dass er wirklich flächendeckend und überall alles hat, was, was, oder alles sieht, was, was zu sehen ist. Dann kann es doch, dann muss irgendwann mal einer dabei sein. Es reicht ja einer von zehn, der am Ende dann für 20, 30, 40, inzwischen sind ja auch 100 Millionen Euro schon fast normal geworden im Profifußball, wenn englische Fahne kommen. Also da muss mehr möglich sein. Und das muss der HSV sich auch selbst als Ziel auf die Fahne schreiben. Vielleicht wird es ja jetzt möglich durch das neue Darlehen von Klaus Michael Kühne, was man mal zusätzlich finanzielle Möglichkeiten schafft für den HSV. In zwei Wochen startet der HSV mit der Vorbereitung. Ja, vier Wochen. Das ist brutal. Also vier Wochen Vorbereitung. Ja. Das ist nicht viel. Oder etwas mehr als vier Wochen. Aber nicht viel mehr. Das ist nicht viel. Wenig Pause. Ja. Vielleicht ist die wenige Pause gar nicht so schlecht. Man kennt es aus dem letzten Jahr. Man weiß ja, wie es läuft. Aber trotzdem. Es ist nicht viel Zeit. Auch für neue Spieler, um sich in die Mannschaft zu integrieren und so weiter. Also auch da muss noch ein bisschen was passieren. Man hat übrigens, Entschuldigung, um eine Sache. Ich glaube, so ein anderer Schnemmel zum Beispiel. Der hat so viel Potenzial. Also das tat mir richtig weh, als der sich verletzt hat. Einen Knöchelbruch. Das dauert auch. Leider. Aber das ist ein Spieler, den finde ich top. Und den jetzt noch drei, vier Jahre jünger, auf einer Ebene, die man dann weiter ausbildet. Und dann bist du auch schon da. Dann hast du einen großen Schritt in die richtige Richtung getan, was Scouting und Nachwuchs betrifft. Wo geht es hin ins Trainingslager? Gibt es da schon eine Planung? Es gibt noch keinen festen Ort. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder Österreich, Schweiz wird. Also irgendwas in der Region da. Und mal sehen. Vielleicht bist du ja dabei. Ich wäre gerne dabei. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin froh, dass ich nicht das Trainingslager selbst absolvieren muss. Ja. Das stimmt allerdings. Das mag, glaube ich, keinen Fußballer, oder? Trainingslager ist immer... Ah, weiß ich nicht. Trainingslager ist immer ein bisschen light natürlich. Ist klar. Aber es ist trotzdem auch... Es macht Spaß. Weil es ist die Sommervorbereitung. Und du bist halt immer... Wochenende war bei uns ja immer nur... Die sind jetzt immer eine ganze Woche da. Aber bei uns war es ein langes Wochenende. Da ist ja auch so ein bisschen Integrationsarbeit dann. Also du lernst die neuen Spieler besser kennen und kommst zusammen. Machst ein paar Spiele. Kannst dich nochmal zeigen. Kannst auch neue Dinge ausprobieren. Es wird auch viel neu aus. Du brauchst eigentlich... Eigentlich ist es eine anstrengende Zeit, aber eine spannende Zeit. Trotzdem gebe ich zu, wenn ich jetzt so... Ich mache hier im Nienhoff noch im kleinen Bereich noch ein bisschen Fußball mit. Und wenn ich dann mit den Jungs von mir dann ins Trainingslager fahren, bin ich nicht traurig, dass ich jetzt keiner der Spieler mit bin, sondern dass ich jetzt auf der anderen Seite stehe und mehr Zeit für mich habe. Ja. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe auch wieder Lust auf Fußball. So geht's. So schnell geht's. Du hast hier gar nicht verloren. Auf dem Weg. Das stimmt. Danke schon mal fürs Zuschauen. Wir werden uns melden. Und bitte abonniert, lasst ein Like da, markiert die Glocke und verpasst kein Video mehr von uns. Das würde uns freuen. Und bis bald. Macht's gut. Bis dann. Ciao.